9 das entscheid ist aber auch bei 9,4 aber der andere hat noch andere sachen dabei wie kann ich euch helfen nehmen uns ein bisschen zeug verkaufen ich bin zwar kein händler aber ihr könnt gerne einen blick auf meine wagen werfen deine elfenwurzeln finde ich toll das sollte man vielleicht noch für einen gefährten aufheben oder aber den nicht so aber so 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 Hm, da schlecht finde ich die gar nicht. Ja, du hast aber keinem gegeben. Vielleicht ist das was für ein... Äh, Alistair. Kannst du verkaufen. Die will ich selbst entziehen. Ich kann nicht den Ohrschampen von dir aus. Ja, ich kann nicht die Ohrschärmelung aus. Ich kann nicht die Ohrschärmelung aus. Ich kann nicht die Ohrschärmelung aus. Das wird auf jeden Fall mein neuer Hauptlieferant für Wundumschläge. Aber jetzt habe ich ja erstmal. Alles klar. Hätten wir gewusst, dass ein grauer Wächter zu uns kommt, hätten wir einen anderen Empfang vorbereitet. Aber ich wünsche euch viel Glück bei eurer Aufgabe. Dara Shearman. Ihr seid so scheidsam, Stan. Nur im Vergleich zu anderen. Aber ich bin doch hier im Wald. Irgendwo soll doch hier der Wehrwolf. Ich muss mal. Was ist das hier? Offene Welt. Hier muss gar... Ach, der hatte noch was für mich. Okay. Ich schalte direkt drauf zu. Da. Da. Ja. Aus dem Weg. Wie ihr wünscht. Äh, hallo? Ich bin Cameron, mein Lehrling der Jäger. Aber ich wünschte, ich könnte ein richtiger Jäger werden. Ich sollte darüber nicht mit einem Außenstehende sprechen. Ihr würdet es nicht verstehen. Ich... Nun... Es kann vermutlich nichts schaden. Ihr könnt mir ohnehin nicht helfen. Sind alle Bars so unterwürfige und unfähige Kreaturen? Hm, ich war zu lange ein Lehrling. Um ein echter Jäger zu werden, muss ich das Fell eines Tieres vorweisen können, das ich selbst erlebt habe. Von einem Wildschwein oder Wolf. Ich hab Wolfzeug dabei. Kannst du einfach lügen. Ich wollte dir halt auf die Jagd gehen, aber wegen des Angriffs dürfen wir ihn nicht betreten. Das eigentliche Problem ist aber, ihr Hinner. Ja, rothaarige Elfin. Sie ist diejenige, nach der sich mein Herz verzehrt. Ich habe sie um ihre Hand gebeten, aber... Nö. Sie hat sich kalt gebeten, aber sie sagt, sie würde sich nicht mit einem Lehrling einlassen und nennt mich ein Kind. Aber ich bin kein Kind. Wenn ich ein Jäger könnte ich es bereisen, aber ich kann nicht auf die Jagd gehen. Lena wird sich nie mit mir einlassen. Komm, ich gebe dir ein Wolfsfeld. Ich bin nicht so wachtlos. Ich hätte nicht darüber sprechen sollen. Überlass mich einfach meinem Kummer. Glaubt ihr, ich hätte noch nicht darüber nachgedacht? Es gibt nichts, was ich tun kann. Jetzt steckt dem Jungen schon mal ein Wolfsfeld zu. Nein, das könnte ich nicht. Ich muss das Tier selbst erleben. Das ist mein Übergangsritual, um ein vollwertiger Jäger zu werden. Ihr habt recht. Ich will Gainer heiraten, bevor jemand anderes sie mir wegschnappt. Ihr würdet also ein Geld für mich besorgen? Warum solltet ihr das tun? Ah, das ist rein der Nächstenliebe. Weil ich eine angemessene Belohnung dafür erwarte. Ich könnte euch eine Belohnung anbieten. Ich habe ein Buch über unsere Geschichte. Der Hüter hat es in Gemeinsprache verfasst und meinem Vater vor dessen Tod gegeben. Ihr könntet es zumindest verkaufen. In den Ländern der Menschen müsst es einen gewissen Wert besitzen. Ich bin euch sehr dankbar. Ich bete zu Anjul, der Göttin der Jagd, dass ihr Erfolg habt. Also, habt ihr ein Fell? Ist es frisch? Ja! Ich danke euch! Das ist wundervoll! Endlich bin ich ein Jäger! Ich muss sofort zu Gainer! Kommt schon! Voll die Abteilung mit dabei! Jetzt kann sie ja schlecht Nein sagen, oder? Das ist wundervoll! Aber ich dachte, du dürftest den Wald nicht betreten. Ich also... Das habe ich auch nicht. Ähm... Ein Wolf ist aus dem Wald gekommen und hat mich angegriffen. Dann habe ich ihn erlebt. Jetzt bist du also ein richtiger Jäger. Das sind großartige Neuigkeiten. Können wir endlich zusammen sein. Aaaaaaah. Wir sind euch beide sehr dankbar, dass wir uns zu sein sind. Macht hübsche viele kleine junge Elfen. Ihr seid wundervoll! Ich bin so glücklich! Ach, ist das nicht herrlich? Herrlich. Eine junge Liebe, der es gestattet ist zu erblühen. Jetzt kommt ein blöder Kommentar vom Großen. Nein, wo ich? Hier, nehmt das Buch. Ich hoffe, es kann euch bei eurem Kampf gegen die dunkle Brut nützlich sein. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Und ein paar EPs will ich auch noch. Wie kann man gegen das Glück von zwei jungen, hübschen Elfen sein? Morgen, schäm dich! Schäme dich! Kriegst du irgendwann mal wieder ein Geschenk, das ist doch gut, oder? Oder habe ich noch irgendein Scheißgeschenk für dich? Kann ich das lesen? Wer hat zehn Silberlinge? Nee, ist ja nicht viel. Stahl-Arm-Schützer. Hm. Was hättest du von einem kleinen Silberring? Ein Stilleben im Silberrahmen? Dann zeigt 32 völlig identische Zuppentherrin aus Porzellan. Die hasst dich, wenn du dir das gibst. Das hat's ja auch nur interessant gesagt. Natras, was war nochmal mit dir? Ihr seid zurück? Habt ihr vielleicht Neuigkeiten über den Naila? Nee. Nun gut. Ich nehme an, ich muss mich einfach noch gedulden. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich in den doofen Wald reinkomme. Hier geht's. In den Wald. Da geht's reisen. Okay, ich muss da also lang. Nach Nordosten. Nordosten. Da hin geht's in den Wald. Das sieht lecker aus. Was habt ihr denn da leckeres? Am Bock? Am Bock? Erst einmal speichern. Und dann. So, wir halten aus. Nach Wölfen. Und anderem Zeug. Wurzeln. Wurzeln. Noch ein Häusper oben lang. Die haben richtig Elfenwurzeln hier. Betrachtet es, Alter. Wo ist denn hier was? Siehst du was? Hilfenwurzeln, Leichnam, Wolf. Da oben ist ein Wolf. Nein, dann kommt er her. Ich wollte schon auf dich. Fahrten zusammenbleiben. Mann, ist er da schon. Fahrnrauchhauen. Dann kann ich da nichts dafür, wenn ihr mich angreift. Mich interessiert der Leichnam da. Okay, jetzt kommt ein Werwolf. Das ist schon ein anderes Kaliber. Hinter uns? Da ist nichts mehr. Ja. Ein Werwolf weniger. Ach, da ist ja gleich noch einer. Ia! Hm. Hm. Natürlich. Ich Scriptures. Ja. Mann. 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 Hättest du den Bären nicht irgendwo in Ruhe lassen können, der hat auf keinem was getan. Das ist der Leichnam. Ist das von jemandem, den ich finden sollte? So, Flüche weg. Trotzdem, warum regeneriere ich mich nicht komplett? Jetzt scheint noch irgendwie was in der Gegend zu sein. Wie ihr meint. Irgendwo, der Kampf ist noch nicht vorbei. Den habe ich doch erledigt. Schauen wir hier mal weiter. Das sind doch welche. Aber auf die können wir auch drauf schießen, oder? Gleich drei. Wie man sich mit euch unterhalten, oder? Warum steht ihr da so? Der spricht sogar. Die Deli schicken, ausgerechnet einen Menschen, uns unseren Platz zuzuweisen, uns zu bestrafen für den Angriff. Welch blickere Ironie. Wir sind Bestien, aber nicht weniger einfach und himmlos. Ja, versetzt euch das nicht, deinen kalten Schauer. Doch, total. Ich führe meine verfluchten grünen Schwestern an. Hörst du, bist ein Mitläufer? Ach, der Druck, die zumindest zu den Deli schon sagt, dass ihr versagt habt. Sagt die, ihr wird mit vorne zusehen, wie sie an demselben Fluch leiden, der schon so lange auf uns lastet. Jetzt bezahlen sie dafür. Richtig, ich bedauere nur, dass wir in jener Nacht nicht alle mit dem Fluch bewegen konnten. So ist es. Wie können sie es wagen, euch zu uns zu schicken? Sagt um, solange ihr noch könnt. Ah, ihr glaubt, wir helfen euch, den großen Wolf zu finden. Ihr glaubt, wir lassen zu, dass ihr ihn tötet? Dann seid ihr ein Wach. Ach, kommt, Brüder und Schwestern. Windläufer, ruft euch zum Kampf. Dann treibt wir diesen Eindringling aus unserer Mitte. Dann ist man die Klein fertig, oder? Genug! Der Wald hat Augen und wird sich um euch kümmern. Lasst euch das eine Warnung sein! Was ist, wenn ich denn wieder zurückgehe? Wo ist der Rest? Wenn ihr denn doof, oder was? Jetzt kommt er nicht her. Das ist noch ein Werwolf, den muss ich wahrscheinlich noch fertig machen. Dann wäre ich schon tot. Dann kommen die nicht hinterher. Scheiße. Da würde ich meinen ganz tiefunnellen. visionary, oder? Weit so. Dann stareig ég.